Hallo Leute und herzlich willkommen. Mal ein bisschen was anderes, kein Minecraft oder sonstiges, was man so von meinem Channel sonst sehr viel kennt. Und um die Neuerungen gleich noch ein bisschen aktueller zu halten, ich habe einen Spielpartner mitgebracht und zwar einen, der bis jetzt mit mir zusammen, zumindest auf YouTube, noch nicht so viel gemacht hat, aber im Stream. Stellen Sie sich doch mal bitte vor. Einen wunderschönen guten Tag. LaFox hier. Willkommen bei ARK Survival Evolved. Los geht's. Ja, wir haben unseren Charakter schon mal vorbereitet, damit ihr nicht so lange warten müsst, haben uns einen Server gemietet und starten direkt ins Abenteuer, würde ich sagen. Kleine Information noch am Rande, die Folgen werden wechselseitig bei uns hochgeladen, es wird allerdings eine gemeinsame Playlist geben. Also schaut ruhig mal beim lieben Tesla mit vorbei und sagt mal Hallo von mir. Ja, ich drücke mal auf Create. Du auch? Sehr gut, jawohl. Zack. Starten in. Du zählst runter? Nö, ich habe jetzt genug. Da komme ich wie immer nachträglich. Der Anfang ist einfach nur epic. Wir haben einen lustigen kleinen Edelstein in unserem Arm. Mich interessiert mal, ob da auch Blut durchfließt so grundsätzlich, weil das ist ja quasi schon ziemlich lustig. Geht davon aus, der wird fest mit uns verbandelt sein. Also ich bin am Strand, gucke in die gleißende Sonne des Tages. Also telefonieren kann man damit auf jeden Fall nicht. So viel habe ich schon getestet. Ich stehe an einem großen Stein, gucke ebenfalls ins Wasser, werde von der Sonne geblendet. Ja, das könnte sogar sein, dass du wahrscheinlich einfach nur ein Stückchen weiter stehst. Hier ist ein großer Stein. Ja. Wir können ja mal gucken, ob wir uns finden. Da oben ist ein Riesendino. Ja, ich sehe dich, glaube ich, sogar schon. Ich muss leider mal den Dino da oben im Auge behalten. Der macht nämlich ganz schön Terror und kippt Bäume um und so. Hier ist ein Flugdinosaurier gespawnt, Alter. Ach, da vorne bist du. Ah ja. Hier oben ist ein... Wow! Und es fängt natürlich genau wie immer bei uns an zu regnen. Ein klagevolles Lied. Ja, ein wunderschöner Strand, ein idyllisches Meer, Ozean. Ich bin nicht ganz sicher. Oh, hallo! Hallöchen! Du bist ja auch ziemlich nackig hier, ne? Ja, das kann ich. Was ist denn hier? Hold for options. Kann ich dich schlagen? Du kannst mich nicht schlagen. Hallo? Du hast da Blut. Ahm. Du auch? Aber der Witz ist, wir kriegen, glaube ich, keinen Schaden dadurch. Okay. Weil PvP deaktiviert ist. Sag mir jetzt bitte nicht, es wird dunkel. Das sieht so aus, äh... Ach, come on! Ein schöner Effekt hinten, aber, äh... So. Also, ohne euch jetzt hier lange zu langweilen. Ähm, es ist ein Survival-Game. Für alle, die es nicht wissen. Und für alle, die es aus dem Titel noch nicht erlesen konnten. Ho, 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 ho. Und man kann so lustige Sachen machen wie... Get Wood. Ja. Mach mal mit. Oh, 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 oh. Bei gestandene Kerle, die auch brüllen. Was gibt's Schönes? Genau. Au, au, ah, au, au, au. Ein neues Tempel wäre auch gut gewesen. So, ähm... Und man kann Sachen craften. Zum Beispiel eine Pickaxe. Dafür müssen wir allerdings noch einen Stein finden. Guck mal, hier liegt ein Stein. Nehmen wir den mit. Ja. So, ich brauche mir jetzt eine Pickaxe. Ho, ho, ich bin schon voll weit. Ich habe das Spiel quasi schon gewonnen. Okay. Dann, äh, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ich kriege dann gerne den... Loot vom Endgegner. So. Äh, ich habe eine Pickaxe. Die kann man jetzt auch ausrüsten und benutzen. Und kann zum Beispiel auf so einen Dodo einschlagen. Wenn der nicht Mate boosted wäre und ich Angst haben müsste, dass der mich da verprügelt. Die sind beide... Ne, einer ist Level 1, einer ist Level 3. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Darum mache ich es. Also, du bist schon am, äh... Blödern von... Oh, 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 oh. Obwohl, der Arme ist wohl. Komm schon, Dodo. Blödes Dodo-Feed. So. Ich habe zwei Dodos getötet. Und du hast die gleich erstmal auseinandergenommen, ja? So, ich, jetzt wo sie sich nicht mehr bewegen, sind sie auch faire Gegner für mich. Jetzt warte mal ganz kurz. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 ich muss rennen, wenn du Stopp sagst. Komm zurück, komm zurück. Wir müssen einen Tribe gründen. Ansonsten teilen wir uns unsere Erfahrung doch nicht, Mensch. Okay. Ähm, du hast darin Erfahrung, gründe mal einen Tribe. Ich gründe mal einen Tribe, okay. Ich besorge mal einen. Dann werde ich mal einen Tribe gründen. Wie möchten wir denn dieses Tribe nennen? Doch, ich fand, die Idee bis jetzt... Ich hab Metal bekommen! Warum? Ich hab Metall gekriegt. Ernsthaft jetzt. Ja, okay. Das ist neu. So, ich hab da mal eben kurz einen Tribe gegründet. Wenn ich jetzt dann auf dich gehe, aber du kannst, glaube ich... Gut. Äh, jetzt kann ich auf dich gehen und dann kann ich, äh, Accept Invitation. Und jetzt müssten wir eigentlich in einem Tribe sein. Und jetzt, äh, okay, jawohl. Promote Player to Admin. Äh, also an dem Zeug steht übrigens dran, dass es normalerweise in Höhlen oder in hohen Bergen gefunden wird, das Metall. Aber ich find hier massenweise Metall. Aber dafür keinen Flint. Willst du vielleicht eine, äh, Spezial-Pick-Axe oder irgend sowas? Nö, gar nicht. Du schummelst doch. Ja. Ich hätt gern Flint, bitte. Dann quasi in fünf Minuten, äh, sind wir dann im End und, äh, das war's. Ach ja, stimmt, das End. Ich hab das End vergessen. So, ähm, okay, wir haben ein bisschen Zeug. Du hattest da einen Plan angestrebt. Du möchtest dich ein bisschen mittig auf die Insel besiegen, sehe ich das nicht? Jawohl. Also wenn man jetzt hier mal auf, äh, die Karte schaut, mit M, dann, äh, muss ich mit Entsetzen feststellen, dass die Karte teilweise aufgedeckt ist, äh. Ja, und zwar da, wo wir schon mal gespielt haben. Warum auch immer. Also ein bisschen gruselig. Jedenfalls sind wir diesmal, äh, in einer anderen Ecke. Aber ich hab ein Level Up und ich sollte das vielleicht vergeben. Ja, erzähl mal, du erst mal danach. Das heißt, wir auf jeden Fall vielmehr da um das Zentrum der Karte anstreben. Ähm, zum einen, weil dort mit Sicherheit, äh, wir bisher nicht waren. Dort sicherlich viele coole Dinge sind, äh, und da dann auch viele große böse Monster. Und ja. So. Dann zu mir, ähm, Level Up und so. Man kann jetzt quasi jeweils einen Punkt vergeben bei jedem Level Up hier. Äh, ich werd meinen ersten Punkt wohl in, äh, Health setzen, einfach um ein bisschen länger zu leben. Und ich hab schon ein weiteres Level Up gemacht, weil ist ja so toll. Äh, und das setz ich dann in Food. So, und jetzt kann ich Engram Points vergeben, sogenannte Crafting-Rezepte. Und ich würd sagen, verhalten wir uns wieder wie vorher. So ein bisschen. Also, ich würde mich grundsätzlich, äh, auf den Klamotten-Part beschränken. Jawohl. Erstmal. Und du dann auf die Hütten. Und ich würd sagen, so Speer und Hatchet und Campfire und so lernen wir wahrscheinlich alles. Also, jawohl. Lernen wir mal einen Campfire, eine Axt und einen Speer. Äh, ich denke, was diese drei Dinge können, ergibt sich, äh, aus dem Kontext. Da werd ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Was kann denn ein Speer? Was kann denn ein Speer? Erzähl doch mal, erzähl doch mal. Den kann man zum Beispiel wegwerfen. Das ist immer die beste Idee. Also, wir haben ja auch so ein Craft-Menü drinne und man sieht jetzt hier, für den Speer zum Beispiel brauch ich noch ein bisschen Holz und ein bisschen Fiber. Fiber kriegt man so aus Büschen. Holz, äh, kriegen wir eher mit einer Axt, das heißt, werd ich mir jetzt eine Axt bauen. Okay. Wir sind übrigens, wir haben uns keinen Meter bewegt und sind schon wieder fast voll. Merkst du was? Wie fast voll. So, jetzt seht ihr, jetzt bekomm ich hier nämlich mehr Holz raus und weniger Fetch. Also, es sind so Holzfaser. Wenn du ja, ähm, für keine ordentlichen Klamotten gesorgt hast, ist klar, dass das Inventar relativ schnell voll ist, weil, was ist denn nur dein Schlüpper? Ja, im Schlüpper kann man nicht so viel lagern, meinst du? Ja. Meinig. Ein bisschen Fiber bekommen vielleicht? Okay, hier gibt's keine Fiber. Schade, schade. Das Leben ist, äh, manchmal hart. Holz ist auch sehr schwer übrigens. Also, äh, Holz wiegt ein Kilo pro Stück. Und wir haben momentan eine maximale Traglast. Das sieht man auch übrigens im zweiten Symbol auf der rechten Seite, falls ihr die noch gesehen habt. Wir sind schon so halb voll jetzt. Leider. Auch zweimal Metal bekommen. Ja, also ich mich... Haben wir ein Update verpasst oder so? Das wäre durchaus möglich. Ich kann's mir aber fast nicht vorstellen. Das Spiel ist ja relativ neu. Wird immer noch jeden Tag geupdatet. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ja, ähm, man entdeckt quasi jedes Mal, wenn man joint, wieder was Neues. Finde ich auch sehr witzig. So, ich muss jetzt leider mal den Stein hier weghauen. Was sind denn das, äh, für Symbole an der rechten Seite, sag mal? Kannst du die mal... Ja, die Symbole kann ich grundsätzlich erklären. Also, jetzt sieht man zum Beispiel gerade hier ist eine durchgestrichene Hand. Das heißt, man darf nichts in der Hand haben. Das ist das oberste Symbol. Lege ich mal weg. Dann sieht man, geht es weg. Dann kann ich nämlich hier mit der Hand, mit E, einfach Sachen einsammeln. Von dem Busch, nehme ich. So, das zweite Symbol ist, äh, unser Level Up aktuell. Das ist jetzt schon wieder bei der Hälfte. Das heißt, wir sind bald Level 3. Das nächste Symbol ist für die Tragkraft aktuell, ähm, die ist, äh, sehr eingeschränkt. Also, ich meine, ich muss schon sagen, wir können eine Menge tragen, ne? 100 Kilo, finde ich, so für den Start ziemlich viel. So, wenn man H drückt, kann man übrigens die Zahlenwerte sehen da drauf. Hören wir das mal mal so, aber auch nicht so gut. Das nächste ist für Wasser. Wasser können wir uns auch finden, wenn wir zum Beispiel ins Wasser gehen. Danach kommt Essen. So ein richtiger Survivor muss ja auch was essen, ne? So ein bisschen. Ist da ein Malheur passiert? Oh, was ist da passiert? Oh. Hast du gekackt, ja. Ich nehme das mal mit, danke. Du bist komisch, du darfst ab jetzt alleine weitergehen. Ich habe Fäkalien in der Tasche. Super. Das nächste ist die Ausdauer, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein bisschen sprinten würden, geht die Ausdauer nach unten, seht ihr auch, es blinkt und das Wasser auf. Und das letzte ist die Hells aktuell noch voll. Ich gehe mal kurz ins Wasser, vielleicht ist die Hells danach direkt wieder runter. Es gibt hier übrigens auch ziemlich viele böse Viecher. Wir werden denen wahrscheinlich alsbald begegnen. Macht euch also keine Hoffnung, dass wir hier lange überleben. Wie überleben? Die Weltherrschaft ist doch das, was wir angestrebt hatten, oder? So, und ich habe schon ein Speer. Ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt. Und haufenweise Beeren, die man essen kann. Es gibt übrigens auch einen Haufen Beeren, die man nicht essen sollte. Zum Beispiel Stim-Berries. An jeder Beere steht übrigens dran, was die kann, was man damit noch machen kann und so weiter. Die Tinto-Azul- und Armor-Berries, die ich jetzt hier unten habe zum Beispiel, sind eigentlich hauptsächlich für Essen und Farbe gedacht. Die Narko-Berries sind später noch interessanter, gehen wir aber, glaube ich, in einer späteren Folge auch drauf ein. Und die Stim-Berries dehydrieren uns, geben uns aber einen guten Schub an Ausdauer. Für den Fall, dass man mal verfolgt wird, so von einem T-Rex oder so. Und Essen ist übrigens hier echt übelst nervig, solange man nur Beeren hat. Kann ich euch gleich so sagen, wie es ist. Man sieht übrigens auch jetzt links sehr schön, wenn ich was esse, so einen kleinen Food-Buff. Das zeigt uns an, hey, unser Essen geht nach oben und nicht nach unten. Wenn man verletzt ist, braucht man übrigens mehr Essen. Ist das so? Ja. Das ist wohl, weiß ich so. Ich brauche immer Essen. Ja, ich weiß. Das ist ja normal. So, jetzt stehen wir also quasi erstmal eine halbe Folge rum und essen, um unsere Hungerkeule wieder aufzufüllen. Ihr seht halt hier, Hunger ist aktuell bei 80. Ist jetzt nicht so pralle. Und wenn ich jetzt eine Beere esse, geht der auf 81. Oh, wow. Ja. Vielleicht sind noch genau 375 Beeren vom Erfolg entfernt. Welcher Erfolg. So, ich glaube, ich will noch ein bisschen Thread mitnehmen hier. Also, je nachdem, welches Werkzeug man übrigens an den verschiedenen Dingen benutzt, kommen unterschiedliche Sachen aus. Also, wenn man zum Beispiel die Pickaxe an einem Baum benutzt, kommt mehr Thatch. Wenn man die Axt an einem Baum benutzt, kommt mehr Wood. Wenn man die Pickaxe an einem Stein benutzt, kommt mehr Flint. Wenn man die Axt an einem Stein benutzt, kommt mehr Stein. Warum auch immer. Also, die Logik erschließt sich mir leider auch noch nicht so ganz. Und anscheinend kann man mit der Pickaxe jetzt auch Metall sammeln. Ja, oder aber in unserer Region war es bisher nicht vorgesehen, Metall zu haben. Und ihr seht, die Größe der Steine, also mal davon abgesehen, dass die gut durch die Gegend fliegen, die Größe der Steine scheint wohl essentiell dafür zu sein, wie lange man auf so einen Stein einkopfen kann. Man kann übrigens auch Steine einfach so sammeln. Also, wenn ihr am Anfang seid, könnt ihr hier auch einfach euch einen Stein vom Strand schnappen. Allerdings ist es nicht so empfehlenswert, so viele Steine mit sich rumzuschleppen, weil die sind auch nicht leicht. Jetzt hier 16 Steine, 8 Kilo, 30 Holz, 50... Oh, 0,5 Kilo wiegt ein Holz nur. Tatsache. So. Was kann ich denn noch beachten gerade? Ich könnte uns ein Lagerfeuer am Strand machen. Was hältst du denn davon? Äh, nein. Okay. Ja, es war ein Versuch. Es wird nicht dunkel. Wir sollten den Tag nutzen, würde ich sagen. Carpe Diem und so? Ja. Ja, dann sollten wir uns vielleicht wirklich nicht so vollpacken, sondern wenn du ins Landesinnere möchtest, einen Weg ins Landesinnere suchen. Ja. Äh, ich versuche es schnell mal abzubiegen, aber es ist relativ schwierig. Das wird wahrscheinlich übelst schwierig werden, weil ich sehe hier nur Steigklappen. Und wir sollten vor allem nicht rennen, weil Rennen ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlechte Idee. Aber hier sind Büscher, hier können wir uns nochmal ein bisschen mit Bären versorgen. Ist eine gute Idee. Im Übrigen, wichtige Info, man kann jetzt nicht einfach sagen, man farmt jetzt zwei Stunden Bären und ist dann erstmal versorgt. Nein. Das Zeug vergammelt in der Tasche. Genau. Dann ist es ein Survival-Game. Was, ähm, durchaus unangenehm sein kann, muss man ehrlich sagen, weil genau dann, wenn man die Bären nämlich bräuchte, kriegt man keine mehr. Na, 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 ich pflück mich durch den Wald. Aber noch geht's ganz gut hier. So einen stetigen Verschleiß von den Bären, aber... Ja, es ist alles im Rahmen. Kados? Ein bisschen Fleisch wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß ja nicht, wie viel Fleisch du von den Lodos gekriegt hast. Aber die sind dürften gleich vergammeln. Sag mal an, dann mach ich ein Feuer und dann packen wir die da rein. Wenn du mir sagst, wo du bist, natürlich nicht. Na, am Strand die Lodos töten. Oh, ich hab wieder einen Peitschenstein. Reitschenstein, cool. So, jetzt nehmen wir mal einen Speer und gucken mal, wie lange ein Dodo damit aushält. Oh, ich hab ein Fadenkreuz. Ist das schön. Und... Läge zwei, Dodo getötet. So, dann würde ich sagen, ich mach jetzt mal hier schnell für uns ein Lagerfeuer. Und wir... Wir machen... Weil wir das Fleisch grillen sollten, bevor es schlecht wird, würde ich sagen. Baumfett. Boah, das war fast auf meinen Kopf, das weißt du schon. So, Lagerfeuer ist auf vier. Übrigens, wenn man eine festgelegte Taste hat, kann man das auf der Taste direkt wieder neu bauen. Also, wenn mein Schwer jetzt zum Beispiel kaputt geht. Guck mal, hier ist Feuer. Feuer. Feuer, Feuer, ah, 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 ah. Ich teils mal und packe einfach mal die Hälfte meines Holz da rein. Hilfe, 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 ah, nee, ist nur gar kein Feuer. Jetzt. Boom. Und ich würde sagen, was machen wir denn jetzt nach oben? Ich mach mal das Weight nach oben, damit ich mehr tragen kann. Und hab immer noch einen Haufen Engram Points und werde jetzt mal gucken, dass ich Klamotten baue hier. Die Pants, learn. Shirt, learn. Gloves, learn. Boots, learn. Und Head. Und damit hab ich alle meine Engram Points perfekt ausgegeben. Okay, das freut mich. So, dann klau ich mir mal das erste Fleisch direkt raus. Und ein bisschen Charcoal, wenn auch immer. Noch brauchen wir die ja nicht. Und so ein Fleisch zu essen lohnt sich halt wesentlich mehr. Ihr seht es auf meiner Hungerkeule. Klappt fast voll. Also, Bären sind echt unsinnig. Und rohes Fleisch ist noch unsinniger. Das nächste Steak ist meins. Ja, ist schon idyllisch so. Das war das Spiel. Ja genau, wir hören jetzt an der Stelle auf. Nein, natürlich nicht. Ich find das mit den Fadenkreuzen sehr schön, ehrlich gesagt. Weil das ist nicht bei der Pickaxe oder so, sondern das ist Tatsache nur bei der Waffe. Das haben wir übrigens geaddet auf dem Server. Also, wir haben natürlich erstmal einen Server angemietet dafür. Weil wenn wir damit anfangen, dann richtig. Ich kann irgendwie den Busch nicht einsetzen. Mehr langfristige Ziele in diesem Spiel. Ich habe zwar noch gar keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht. Selbst wenn man ein bisschen liest, momentan überschlägt sich alles so dermaßen, dass man gar nicht richtig erfassen kann, worum es geht. Und auch ist dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt noch in eine Alpha. Das heißt, hier kann noch eine ganze Menge passieren. Hier kann nochmal umgeworfen werden. Kann demnächst ein Mario Kart ähnliches Spiel werden. Wir haben keinen Einfluss. Von daher, ja. Aber ein großes Ziel ist natürlich sämtliche Rezepte zu lernen. Die größten und tollsten Dinos zu entdecken. Und sie alle zu töten. Genau. So, als kleiner Hinweis nebenbei. Wir haben zusätzlich noch einen offenen Stream-Server. Also offen im Sinne von, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr euch jetzt entscheidet, nachdem ihr letztes Spiel sagt, Hey, ich will da mitspielen. Uns im Stream. Oh, ja guck mal, jetzt ist mir schon die erste Beere vergammelt. Uns im Stream zu begleiten. Da müsst ihr einfach nur die Streams verfolgen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, eine Wildcard zu winnen im Stream. Dementsprechend könnt ihr dann auch mal mit uns zusammenspielen, ne? Ab und an. Den Wasserträger machen, quasi. Genau. Weil du siehst ganz schön verhungert aus. Entschuldigung. Naja. Wie immer das Feuer. So, guckt Miet. Nix. Finger weg. Meins. Frischheit. Naja, du siehst, wie gesagt, so verhungert aus. Mach mal. Ja, ein bisschen verhungert fühle ich mich, ehrlich gesagt, auch. Übrigens kriegt man auch fürs Rumstehen Punkte, Erfahrungspunkte hier. Okay. Das klingt wie ein Spiel nach meinem Geschmack. Das ist so ein bisschen Clicker Heroes mäßig, ne? Boah, das Feuer hier. Das gleißende Licht am Strand dort. Also bei mir ist das richtige Weiß. Also die Effekte. Ja, bei mir auch. Das ist echt übel. Also ich sehe fast... Ich sehe das Wasser nicht. Das Wasser reflektiert so stark. Wenn man jetzt hier mal so reinguckt. Das ist schon echt heftig. Wenn man sich mal so ein Stück dreht. Also ich muss sagen, die Animation... Also die Grundwasseranimation ist auch sehr schön gemacht. Wir können ja mal kurz tauchen gehen. Es gibt auch unter Wasser Wesen und Steine. Und es gibt hier auch Fische. Das ist schon schön. Aber es gibt übrigens keine Haie aktuell hier anscheinend. Ich dachte, ich könnte mal so einen kleinen Hai zeigen. Also relativ flach hier auch. Ja. Oder dein Lieblingsfisch. Wie heißt der nochmal? Ja, Megalodon. Ja, epic. Hast du es vorher jetzt ausgemacht? Ja. Die Frage ist, ob wir es demolischen wollen. Oder ob wir es einfach hier stehen lassen. Und auf nachfolgende Generationen hoffen. Ja. Vielleicht erwischen wir ja demnächst mal... Ein paar Dudos, die dort Marshmallows kriegen. So, stopp. Das ist unser erster etwas gefährlicher Radino. Ich habe übrigens gelesen, wie man die besiegen sollte. Jetzt bin ich gespannt. Du sollst rückwärts weglaufen, wenn er spuckt, einen Schritt zur Seite machen. Und sonst immer, wenn er ein Stück näher kommt, mit dem Speereimer zuhauen. Es soll wohl nur drei, vier Speerstöße brauchen. Na, mein Freund? Siehst du mich? Na, wir gucken uns das an. Oh, oh. Da startet die Runde. Es geht los. Das sehe ich jetzt hier. Er spuckt. Seitlich weg. Ja. Und greift dich an. Sehr gut. Sehr gut. Jop. Okay. Easy. Absolut easy. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. So. Übrigens mit der Axt kriegt man mehr Haut raus. Richtig. Warum er den mit der Axt auseinander nimmt. So. Und mit... Oh. Hast du jetzt echt gekackt gerade? Wo ist das hingefallen? Ich habe es gesehen. Ist irgendwo hingerollt worden. Es klippt bestimmt an meinen Füßen. Aber es ist eigentlich auch der Zeitpunkt nach dem Tod. Jetzt dieses netten kleinen Dinos und nach unserem Überleben, was ich echt nicht gedacht hätte. Wir werden diese Folge für heute jetzt beenden. Das wird auch so etwa die Folgenlänge sein. Wir sind jetzt bei 22 Minuten knapp. Das ist schon in Ordnung. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge beim lieben Herrn Tesla Fox wieder. Wie gesagt, es wird eine gemeinsame Playlist geben. Und wir werden dann an der Stelle hier einfach weiter starten. Also... Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Cut. 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 Cut.